Hab mich richtig erschrocken. Was haben die mit Chantal gemacht? Chantal ist eine Oma geworden. Diese erschreckenden Kommentare kann man unter Interviews lesen, wo Jella Hase über ihren neuen Film spricht. Ich war live bei dieser Premiere dabei und stand direkt neben Jella, als sie diese Interviews gab. Und ja, da sind mir an ihr noch andere Dinge aufgefallen. Jella ist mittlerweile 31. Als sie Chantal begonnen hat zu spielen, war sie Anfang 20. Für mich sind diese Kommentare besonders schockierend, weil sie zeigen, dass die neue Generation nicht mehr weiß, was natürliches Altern bedeutet. Ich bin jetzt 27 und wir bekommen allemal Falten und Linie. Als ich die Jella live gesehen habe, dachte ich mir nicht, oh mein Gott, hat sie krasse Lachfalten, sondern wow, was für eine Hammerausstrahlung hat diese Frau. Wie eloquent drückt sie sich aus, wie intelligent. Und das sind doch eigentlich Werte, die wir jungen Frauen vermitteln sollten und nicht, hey, spritzt euch Botox so früh es geht.